Hallo, und zwar, ihr habt ja schon erkannt, was es gibt. Ich freue mich total da drauf. Und ja, ich würde sagen, wir legen gleich los. Also ich habe hier jetzt nicht so viele Zutaten, weil ich gedacht habe, wir machen, da ich ja hier nicht so viel Platz habe, einen Schritt nacheinander. Und jetzt habe ich erstmal nur die Zutaten für die Füllung innen drin rausgestellt und dann rühren wir das zusammen, dann geht es in den Kühlschrank und währenddessen machen wir den anderen Teil. Und ich habe mir jetzt hier schon mal so einen Tortenring zurechtgelegt, weil ich ein bisschen kleineren Kuchen machen will. Man kann aber auch sonst so einen Gugelhupf vornehmen. Aber ich lese euch die Zutaten jetzt einfach mal für einen normal großen Kuchen vor. Ich habe es jetzt extra kleiner gemacht, deswegen habe ich mir da auch andere Mengen hingestellt. Aber für so eine normale, sagen wir mal Gugelhupf-Form, sage ich euch jetzt mal die Zutaten. Und zwar erstmal jetzt nur für die Füllung. Und zwar, da braucht man 300 Gramm Frischkäse, also von der Doppelrahmenstufe. Dann 80 Gramm Zucker. Zwei Eier, habe ich jetzt nur eins. Jetzt dann ein Esslöffel Stärke. Da ist mir jetzt aufgefallen, dass ich auch ein Esslöffel Stärke habe. Aber ich brauche ja dann keinen ganzen Esslöffel. Also für euch dann ein Esslöffel. Mach mal nicht zu viel weg, damit es dann auch schön fest wird. Und dann habe ich mir noch ein bisschen Vanillepaste. Äh ne, ja doch, Vanillepaste habe ich diesmal. Habe ich mir hier noch hingestellt. Die muss man nicht rein machen. Aber ich finde, also ich mag den Geschmack ja gern. Deswegen mache ich es rein. Also könnt ihr machen, wie ihr mögt. Und ja, und was halt noch wichtig ist, dazu zu sagen, dass ihr das verrührt mit dem Schneebesen. Und nicht mit dem Handrührgerät, mit dem elektrischen. Weil sonst würde die Masse zu flüssig werden. Das solltet ihr dann auch noch verachten. So, jetzt fangen wir einfach mal an. Und zwar gebe ich als erstes mal den Zucker und das eine Ei zusammen. So. Und das verrühre ich jetzt nur ein bisschen. Und jetzt gebe ich ein bisschen von der Vanille dazu. Und gleich die Frischkäse. Das geht natürlich etwas schwierig. Hier die Geige stärken. Und wenn wir das so verrührt haben. Irgendwas, ich weiß nicht was das ist. Vielleicht schon der Vanille. Wenn wir das verrührt haben. Dann geben wir das so lange einfach. Einfach. Hoppala. In den Kühlschrank. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Ich würde sagen. Ach genau. Als erstes sage ich euch mal. Also ich habe jetzt bei mir die Form. Die habe ich noch eingefettet. Das würde ich an eurer Stelle dann auch machen. Und jetzt sage ich euch einfach wieder die Zutaten als erstes. Und zwar. Da bräuchtet ihr 125 Gramm weiche Butter. 125 Gramm weichen Zucker. Den ich jetzt vergessen habe hinzustellen. So, 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 so. Also machen wir das doch noch schnell. Und ich nehme jetzt hier weniger. So. Und dann kann es aber auch schon weiter gehen. So, also haben wir das. Dann zwei Eier. Da habe ich hier mein eines Ei. Dann ein Päckchen Vanillezucker. Da habe ich jetzt aber, da habe ich ja auch, ähm, die Vanillepasta habe ich ja auch selbst gemacht. Beziehungsweise auch Vanillextrakt habe ich ja auch im Video. Also falls es jemanden interessiert. Aber da könnt ihr sonst auch Vanillezucker nehmen. Ich nehme jetzt, ähm, das. Und dann, ähm, 175 Gramm Mehl. Dann eingestrichene Teelöffel, ähm, Backpulver. 80 Milliliter Milch. Zwei Teelöffel, ähm, Backkakao. Ähm, den Zucker, den hatten wir schon. Und 75 Gramm Zartbitterschokolade. Die habe ich hier schon am schmelzen. Die ist so gut wie geschmolzen. Und genau den Ofen hatte ich jetzt noch nicht vorgeheizt. Aber auch nur aus dem Grund, weil ich ihn gerade eben benutzt hatte schon. Und zwar den könnt ihr nämlich dann auf 150 Grad vorheizen. Kann ich jetzt aber auch anstellen. Und zwar als erstes geben wir mal, ähm, den Zucker und die Butter zusammen und verrühren das etwas. So, jetzt gebe ich gleich schon mal das Ei dazu, damit mir das hier nicht alles in der Gegend rumhüpft. So. So, und wieder rühren. So, und wenn wir das soweit haben, dann geben wir jetzt das Backpulver und das Mehl dazu. Na, letzter Rest. So, und wieder verrühren. So, hier Vanille, das hätte ich fast vergessen. So, und die Hälfte von der Milch. Das ist jetzt bei mir natürlich ganz wenig. So. Nochmal verrühren. So, und jetzt kommt dann der Kakao dazu und die geschmolzene Schokolade. So, und das Ganze nochmal miteinander verrühren. So, und jetzt geben wir so den größten Teil einfach hier schon mal in die Form, dass wir vielleicht noch so ein Drittel übrig haben für oben drauf, ungefähr. Die restliche Milch, die ist nicht vergessen worden, die benötigen wir gleich. Also. So, lasse ich das jetzt mal und gebe die jetzt hier drauf. Schiebe das mal kurz zur Seite. Und jetzt muss nämlich, damit der Teig etwas flüssiger wird, die restliche Milch hier dazu. Sonst kann man das nämlich nicht verstreichen. Voila. Obwohl ich das jetzt eigentlich auch nicht direkt verstreichen kann. Jetzt probieren wir es einfach mal. Jetzt wird es halt ein bisschen gefleckter. Okay, der sinkt jetzt runter. Das sollte eigentlich nicht sein. Aber. Irgendwie finde ich das ja auch nicht schlecht. Es ist halt so gemischt. War zwar jetzt nicht so geplant. Aber. Ich finde das jetzt auch ehrlich gesagt jetzt nicht tragisch. Vielleicht habe ich einfach zu viel gerührt. Doch schon. In der, äh, mit dem Frischkäse. Aber wie gesagt. Mir macht's nix. Soll ja nur schmecken. Das ist natürlich wichtig. So, und jetzt kommt das Ganze bei 150 Grad eine Stunde lang in den Ofen. Und dann kommt es noch in den Kühlschrank. Und erst zum Anschneiden sehen wir uns dann wieder. So. So sieht jetzt der Kuchen aus. Ich habe ihn diesmal noch nicht angeschnitten. Das mache ich jetzt mit euch zusammen. Und zwar. Ich habe ihn jetzt noch nicht so lang im Kühlschrank gehabt. Deswegen hoffe ich. Aber der fühlt sich relativ stabil an. Und zack. So. Also so sieht er aus. Ich finde, der kann sich sehen lassen. Und hier das andere Stück. Und ja. Dann macht's nach. Habt Spaß dran. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dr5-5-810-810-717-419-178-158-168-168-295--9IRZE-419-189-172-B1- söv grad hin. Ich hoffe ich Hargut. Vielen Dank.